Chat-GPT nutzen, ja oder nein? Ja. Straßburg oder Brüssel? Brüssel. LGBTQI-Rechte in der EU genug oder nicht? Noch nicht genug. TikTok oder Instagram? Instagram. A-Love oder Hello? Uff, Hello. Chat-Kontrollen, ja oder nein? Nein. Belgische Pommes oder Curly Fries? Belgische Pommes. Podcast oder Radio? Podcast. Digitalisierung, Fluch oder Segen? Segen. House of Cards oder Emily in Paris? Uff, West Wing. Darf ich das? Oh, es geht aus. Die Icke. Die Icke. Die Icke. Die Icke. Wichtig. Körer.